Ja, herzlich willkommen zu dem Seminar Grundlagen im öffentlichen Sektor und Public Management in digitalisierten Kontexten. Wir wollen mit dem Seminar ein bisschen Appetit machen auf den öffentlichen Sektor und zu sagen, es ist vielleicht gar nicht so langweilig, wie es im ersten Moment für einige klingen mag. Also wer ist unsere Zielgruppe? Natürlich die, die sich für den öffentlichen Sektor interessieren, Quereinsteiger, die schon immer mal wissen wollten, wie funktioniert öffentlicher Dienst oder überhaupt öffentliche Verwaltung und Public Sektor und mit und ohne Informatikkontext. Und wie sich heute moderner öffentlicher Sektor darstellt, um ein differenziertes Bild, muss man vorsichtig sein, wenn man sowas sagt, aber ein differenziertes Bild vom öffentlichen Sektor zu bekommen, das ist unser Ziel und auch Digitalisierung versteht. Wer sind wir? Das ist zum einen Frau Professor Polle vom Lehrstuhl Public Management und Non-Profit Management von der Uni Potsdam. Merkt man schon, Non-Profit gehört irgendwie zur Public dazu. Dann Professor Brückemeier von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, also von der HTW mit einer Professur für Public Management. Und ich, Tino Schuppan vom Stein-Hardenberg-Institut, die wir uns beratungsmäßig, aber auch forschungsmäßig dem öffentlichen Sektor und vor allen Dingen der Digitalisierung nähern mit Methoden und tiefem Wissen, um öffentlicher Sektor auch besser zu verstehen und auch zu beraten. Ja, beides ist das Ziel. Und wir wollen eigentlich in dem Seminar so ein Stück weit die Genetik, dass man öffentlicher Sektor versteht, wie funktioniert das Institutionen und manchmal ist es nicht so einfach, wie es von außen erscheinen mag. Manchmal ist es einfacher und man versteht ja erst die Genetik, wenn man sich auch mit der Kultur auseinandersetzt und mit der Funktionsweise. Das wollen wir tun und hoffe, dass es am Ende eben auch ein interessantes Forschung- und Arbeitsfeld ist, dem man sich annähern kann.